Maries Wunsch Marie Meier wünscht sich einen Hund. Nun, viele Kinder wünschen sich einen Hund, aber ganz sicher nicht so sehr wie Marie. Ihr Wunsch ist schon fast so alt wie sie selber, also beinahe zehn Jahre alt. Marie hatte einmal irgendwo gehört, wenn man sich etwas nur fest genug wünsche, dann gehe es bestimmt in Erfüllung. So ein Quatsch. Auch gebetet hat Marie, immer wieder. Aber der liebe Gott hat wohl Wichtigeres zu tun, als einem kleinen Mädchen einen Hund zu organisieren. Das versteht Marie. Sie versucht es jedenfalls zu verstehen. Marie hat schon fast 30 Plüschhunde geschenkt bekommen. Später welche aus Porzellan, einen goldigen an einer Halskette, Kette, ja sogar einen in einer Glaskugel. Wenn man diese schüttelt, schneit es auf den Hund herab. Marie gefällt das nicht. Sie wünscht sich gerade jetzt besonders heftig einen Hund. Ihre Eltern sind nämlich ständig im Stress, seit Mama wieder im Altersheim arbeitet, weil es im eigenen Geschäft, Papa verkauft Unterhaltungselektronik, Fernseher und so weiter, nicht mehr rund läuft. Und letzten Monat ist auch noch Marys Freundin Conny weggezogen, und zwar ganz weit weg, nach Berlin. Marie bräuchte jetzt wirklich dringend einen Hundefreund. Darüber haben wir doch schon so oft gesprochen, beklagt sich Mama Meier total genervt. Papa Meier zählt auf. Ein Hund braucht viel Zeit, viel Geld und macht auch noch viel Dreck. Und jemand muss die Verantwortung für so ein Tier übernehmen. Dafür bist du noch viel zu jung. Marie schüttelt trotzig ihre blonden Locken. Jetzt legt Mama nach. Und im Sommer, wenn du wieder ins Blauringlager gehst oder mit Tante Emmi nach Mallorca fliegen willst, ein Hund muss immer betreut werden, jeden Tag. Als würde Marie jemals irgendwo hingehen wollen, ohne ihren Hund, wenn sie denn einen hätte. Aber es ist doch bald Weihnachten, bettelt Marie inständig. Mama und Papa sagen unisono Nein. So was können sie. Ständig streiten sie sich wegen Kleinigkeiten, aber bei so Sachen, da sind sie sich plötzlich absolut einig. Marie ist wütend und enttäuscht und verkündet trotzig, gut, dann will ich überhaupt kein Weihnachtsfest haben in diesem Jahr. Rein gar nichts. Ich streike. Weihnachten ist für mich gestorben. Marie verzieht sich in ihr Zimmer, hockt sich auf den Boden, lehnt sich an ihr Bett und steckt den Kopf einmal mehr in ihr Lieblingsbuch. Es ist eins über Hunde. Sie weiss, über 500.000 Hunde leben in der Schweiz, nur sie darf keinen haben. Sie wünscht sich einen Jack Russell Terrier. Diesen würde sie Felix nennen, weil das der Glückliche heisst. Und sie würde ihn ganz bestimmt glücklich machen. Marie könnte sich genauso gut vorstellen, einen Hund aus einem Tierheim zu adoptieren, so einen heimatlosen Streuner, der ein neues Zuhause braucht. Aber nein, es gibt keinen Hund und jetzt gibt es auch noch kein Weihnachtsfest und Conny ist weg. Das Leben ist traurig. Die Eltern Mayer schütteln noch eine ganze Weile den Kopf über ihre Tochter. Sie haben zurzeit genug andere Probleme. Das Geschäft läuft so schlecht wie noch nie und im Altersheim, wo Frau Mayer arbeitet, befällt das Coronavirus Heimbewohner und sogar das Personal, das ohnehin knapp ist. Gerade heute ist einer von ihren Lieblingsbewohnern gestorben. Und dann kommt Fräulein Tochter mit Ansprüchen und so viel Trotz. Das geht gar nicht, sagt Frau Mayer müde. Am besten wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Wir verzichten in diesem Jahr tatsächlich auf Weihnachten und auf alles, was damit zusammenhängt, bis sie sich wieder einkriegt. Herr Mayer nickt. Er mag auch nicht mehr mit seiner Tochter diskutieren. Das ist der Tag, an dem das Weihnachtsfest der Mayers abgesagt wird. Frau Mayer gibt der ganzen Verwandtschaft Bescheid, damit nicht doch noch jemand etwas vorbeibringt, am Ende gar Geschenke oder so. Nein, nein, entweder oder. Weihnachten fällt in diesem Jahr aus. Ganz ehrlich gesagt ist Frau Mayer nicht unglücklich darüber. Sie mag nicht Guetzli backen und erst recht nicht Gäste bewirten und riesige Menüs kochen und Geschenke einkaufen. Sie ist einfach nur müde. Herr Mayer denkt, dass er so etwas Geld sparen kann. Das ist ihm recht. Die Eltern Mayer betrachten das Ganze auch als spannendes Experiment. Nur Marie ist irgendwie traurig und trotzig. Trauzig, könnte man sagen. Und dann entdeckt Marie jemanden, der noch trauriger ist als sie. Frau Fischer, die im gleichen Haus gerade über Papas Geschäft wohnt, steht beim Briefkasten und weint, als Marie von der Schule heimkommt. Da sind nicht nur ein paar versteckte Tränen oder rote Augen wie bei Mama ab und zu. Nein, Frau Fischer laufen riesengroße Krokodilstränen über das Gesicht. Was ist passiert? fragt Marie voller Mitgefühl. Meine Tochter hat mir geschrieben, antwortet Frau Fischer, deutet auf den Brief, den sie in der Hand hält und putzt sich die Nase. Daniela, aber das ist doch schön, dass sie Ihnen schreibt. Marie hat schon oft Fotos von Daniela und ihren Kindern anschauen dürfen und sie weiss, dass Frau Fischers Tochter mit ihrer Familie in Amerika lebt. Frau Fischer streicht sich ihre grauen Haare aus dem Gesicht und sagt, ja, schon, aber sie hat geschrieben, dass sie zum ersten Mal überhaupt an Weihnachten nicht heimkommen wird, wegen Corona und so. Oh, sagt Marie nur und denkt, das muss schlimm sein, keine Weihnachten zu haben, das ist eine Sache, aber auch noch keine Familie, das ist unvorstellbar. Sie könnten ja mit uns feiern, das Problem ist nur, wir haben dieses Jahr keine Weihnachten, kein Baum, keine Geschenke, keine Dekoration, rein gar nichts, ich streike nämlich. Und bevor Frau Fischer etwas erwidern kann, meint Marie, aber wir werden sicher etwas essen. Wenn sie mögen, frage ich meine Eltern, ob ich sie einladen darf, dann sind sie nicht so allein. Frau Fischer meint, sie käme gerne zum Essen, auch ohne Weihnachtsfeier. Sie habe eh keine Lust mehr auf Weihnachten, sie streike auch. Dabei zeigt sich ein winziges Lächeln in ihren Augen. Kann man weinen und lachen gleichzeitig? Erwachsene sind komisch. Die Eltern Mayer staunen, als Marie erzählt, sie möchte Frau Fischer an Heiligabend zum Essen einladen. Wir feiern keine Weihnachten, betont die Mama streng. Das ist okay, beschwichtigt Marie. Frau Fischer will nicht Weihnachten feiern, es wäre nur schön, sie wäre an diesem Abend nicht so allein. Wir könnten einfach eine Büchse Ravioli aufmachen. Etwas Unweihnächtlicheres gibt es sicher nicht. Was meint ihr? Die Eltern Mayer sind einverstanden. Und dann hat Marie einen Geistesblitz, mitten in der Nacht. Sie weiss gar nicht so recht, ob sie die Idee geträumt hat oder ob sie kurz wach war. Aber das ist egal, denn was ihr einfiel, ist grossartig und so gut, dass sie mitten in der Nacht ins Schlafzimmer ihrer Eltern tapst, um diese aufzuwecken. Sie sind gar nicht erfreut über die Störung, aber weil Marie das sonst nie macht, sind sie immerhin bereit, zuzuhören. Also, ich stelle mir den Abend so vor, holt Marie aus. Fass dich kurz, unterbricht ihre Mama sie unwirsch. Wir essen oben Ravioli und dann überraschen wir Frau Fischer. Wir gehen runter in den Laden und dort hast du, Papa, schon alle grossen Fernseher miteinander verbunden und da drauf sieht man dann Daniela, die Tochter von Frau Fischer, mit ihrer ganzen Familie und alle können mit Frau Fischer reden, per Skype. Wir stellen einen Tisch hin und trinken zusammen Kaffee. Mit grossen Augen schaut Marie im Schein der Nachttischlampe ihre Eltern an. Sie erwartet Begeisterung, aber mitten in der Nacht scheint es sehr schwierig zu sein, überhaupt eine vernünftige Reaktion zu bekommen. Papa wälzt sich auf die andere Seite, zieht die Bettdecke über sich und brummelt nur, das ist machbar. Mama lächelt ein ganz kurzes Lächeln, fast nur eine Andeutung und sagt dann sehr lieb, gute Idee und jetzt geh wieder schlafen, Marie. Zufrieden geht Marie zurück ins Bett. Am Morgen beim Frühstück gibt es dann halt doch noch einige Fragen. Papa will wissen, wie willst du denn diese Überraschung organisieren, Marie? Wie mit der Familie von Frau Fischer Kontakt aufnehmen? Und haben die überhaupt Skype? Wo leben die eigentlich genau? Marie realisiert, dass ihre Idee vielleicht doch nicht so genial war, wie gedacht. Ich kümmere mich darum, sagt sie nur, hat aber keine Ahnung, wie sie die Adresse von Daniela ausfindig machen soll. Aber hatte sie nicht früher immer die drei Fragezeichen und TKKG gelesen? Jetzt musste sie eben selber Spürsinn beweisen. Und dann ist alles gar nicht so schwer. In der folgenden Nacht hat sie nämlich einen weiteren Geistesblitz und der ist tatsächlich auch am Morgen noch gut. Sie besucht Frau Fischer, erzählt ihr zuerst unverfänglich von den geplanten Ravioli. Frau Fischer freut sich darauf und sagt sogar, das ist mein Lieblingsessen. Dann fragt Marie nach dem letzten Brief von Daniela. Ich hätte so gerne den Briefumschlag. Ich sammle nämlich Briefmarken aus dem Ausland. Davon wusste Frau Mayer bis jetzt nichts, aber ihr ist klar, dass Kinder halt ein wenig sprunghaft sind mit ihren Hobbys. Gerne überreicht sie Marie den Briefumschlag. Und Marie hat Glück. Auf der Rückseite steht in säuberlicher Druckschrift der Absender. Im Internet findet Marie heraus, dass Harpers Ferry ein Dorf in West Virginia ist, das gerade mal 300 Einwohner hat. So ist es nicht schwierig, im Internet Danielas E-Mail-Adresse ausfindig zu machen. Sie schickt ihr ein paar Zeilen und bekommt umgehend eine Antwort. Kurz darauf ist die Überraschung geplant und organisiert. Die Vorweihnachtszeit wird dann schon etwas schwierig für Marie. Es gibt kein gemeinsames Guetzlibacken, keinen Adventskranz. Papa hängt den riesigen Weihnachtsstern nicht an die Hausfassade. Sein Schaufenster ist das einzige in der Stadt, das nicht dekoriert ist. Schon eigenartig. Als im Fernsehen drei Nüsse für Aschenbrödel gezeigt wird, wechselt Papa das Programm. Keine einzige Kerze brennt in der Stube. Die bunten Prospekte mit den Geschenkvorschlägen für Kinder, die Marie jedes Jahr so gerne durchblättert, verschwinden direkt im Altpapier. In diesem Dezember werden auch keine Weihnachtskarten gebastelt und verschickt. Mama lässt ihre Gitarre im Schrank. Es gibt keine Weihnachtsmusik im Hause Fischer, nicht einmal die CD von Rondo Veneziano, die Mama sonst stundenlang laufen lässt. Manchmal weiss Marie nicht, ob ihr trotz stark genug ist, das alles auszuhalten. Streiken ist gar nicht so einfach. Gut, dass es die Fischer Überraschung gibt. Auf die freut sich Marie, als wäre es ihr eigenes Weihnachtsgeschenk. An Heiligabend, Mama hat dann die Ravioli immerhin in einem Feinkostgeschäft gekauft und eine leckere Soße gekocht, kann Marie fast nicht ruhig sitzen. Vor Aufregung hat sie keinen Appetit. Irgendwann nach dem Essen erklärt Mama, der Kaffee werde unten serviert. Marie platzt fast vor Spannung. Ihr Herz klopft lauter als sonst. Papa hat in seinem Laden schon alles vorbereitet. Die grossen Bildschirme stehen im Kreis und zeigen alle das gleiche Bild. Daniela und ihre Familie live und in Farbe direkt aus Amerika zugeschaltet. Sobald Frau Fischer den Laden betritt, winken ihr alle zu und begrüssen sie mit lautem Hallo. Frau Fischer weiss gar nicht mehr, wohin sie schauen soll. Sie weint jetzt wieder, aber es sind andere Tränen als die, die sie vor dem Briefkasten geweint hat. Auch Mama und Papa wischen sich ein paar Tränen aus den Augenwinkeln. Es ist einfach wunderschön. Nun setzen sich alle vier an den gedeckten Tisch. Mama giesst Kaffee in die Tassen, sogar in die von Marie. Und dann hört die Familie Meier zu, wie Frau Fischer munter mit ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohn und den drei Grosskindern plaudert. Manchmal reden auch alle gleichzeitig. West Virginia ist plötzlich hier, mitten in Papas Laden. Auch Danielas Familie trinkt Kaffee. Bei ihnen wegen der Zeitverschiebung mitten am Nachmittag. Schliesslich geben die Grosskinder sogar noch ein ziemlich unmusikalisches kleines Blockflötenkonzert. Alle sind lustig, alle sind fröhlich. Eigentlich ist das jetzt halt doch Weihnachten, sagt Marie leise zu ihrer Mutter. Wir feiern einfach ohne das Ganze drum und dran. Das ist irgendwie auch schön. Mein Herz ist ganz warm geworden. Frau Meier ist tief beeindruckt von ihrer Tochter. Marie kommt ihr plötzlich erstaunlich erwachsen vor. Das Kind hat etwas begriffen, was die meisten Erwachsenen völlig vergessen haben. Füreinander da sein, Mitgefühl haben, sich um den anderen sorgen, andere glücklich machen. Das alles ist Weihnachten, echte Weihnachten. Alles andere, der wahnsinnige Rummel, ist nur Verzierung, nur Show. Frau Fischer ist überglücklich und flüstert in einer ruhigen Minute Maries Eltern zu. Wenn ihr der Kleinen einen Hund kaufen wollt, dann beteilige ich mich gerne an den Kosten. Ich werde auch immer da sein für das Tier, sozusagen als stille Mitbesitzerin. Wir hatten früher immer einen Hund. Und so kommt es, dass Marie ein paar Tage nach dem Fest doch noch ein Geschenk bekommt. Zusammen mit Frau Fischer fährt die Familie Meier in ein nahegelegenes Tierheim. Dort angekommen, rennt ein kleiner Mischlingshund direkt auf Marie zu. Er lässt sich von Marie streicheln, leckt an ihren Händen, schmiegt sich an sie. Dann rastet er davon und kommt mit einem roten Ball zurück, den er ihr zu Füssen legt. Er bellt, will mit dir spielen. Nein, Marie muss keine Wahl treffen. Sie wird selber ausgewählt. Der weisse Wuschel erobert sofort das Herz der ganzen Familie und auch das von Frau Fischer. Die ehemalige Besitzerin des Tierchens sei kürzlich gestorben, erklärt eine Tierpflegerin und sie sei froh, dass er nun so schnell eine neue Familie gefunden habe. Am Ende gibt es nur ein ganz winziges Problem. Der wuschelige Kerl kann nicht Felix heissen, denn er ist eine Sie und wird schliesslich liebevoll Conny getauft. Trotzdem, so verspricht Marie, werde sie ihren Hund ganz bestimmt glücklich machen. Wuschel. Vielen Dank.